Willkommen zu Berlin. Ja, was kann man in diesem neuen SAP-Bilding erleben? Ich denke, wir haben eine state-of-the-art-end-to-end-digitale Erfahrung. Ich glaube, das ist eine moderne Umsetzung dessen, was wir im Moment gesellschaftlich erleben, dass wir Räume schaffen, wo Menschen miteinander interagieren, in Austausch treten können. Und ich glaube, dieses Gebäude atmet diesem Geist, und es ist ein toller Geist, der mich auch beflügelt. Berlin und Potsdam sind einige unserer zentralen Innovation Hubs in dem großen SAP-Ecosystem. Für SAP ist es ein großer Wettbewerb, auch in der Stadt Berlin, um in das Ecosystem, das die Stadt gibt. Es wird endlich bringen viele von uns zusammen, unter einem Roof, um zu arbeiten, um zu arbeiten, um zu kreativieren und um die Zukunft der SAP-Futur.